Mein Name ist Fabian Schleithoff und mir gegenüber sitzt mein Kollege und SIRK-Kreditexperte Franz Auer. Hallo. Wenn Sie als Unternehmen durch Corona in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind und Liquidität brauchen, können Sie unter gewissen Voraussetzungen Kredite beantragen. Die KfW hat Ihnen hierzu, je nach Größe und Alter Ihres Unternehmens, verschiedene Kreditprogramme veröffentlicht. Herr Auer, wie kann man sich am besten einen Überblick verschaffen? Die KfW hat auf ihrer Homepage ein ganz tolles Tool entwickelt, wo Unternehmer sich ganz toll auf die Bankengespräche vorbereiten können. Wir wollen das an einem kleinen Beispiel mal demonstrieren. Wir wählen hier mal ein Unternehmen aus, was zwischen 3 und 5 Jahren alt ist. Ein kleines und mittelständisches Unternehmen mit Mitarbeitern zwischen 10 und 50 Personen hat. Und wir sehen, wir können den KfW Schnellkredit beantragen oder den ERP Gründerkredit. Ein Hauptproblem, was viele Unternehmer uns natürlich fragen, ist das Thema Sicherheiten. Weil oft möchten Banken nur Sicherheiten, die der Unternehmer im Augenblick gar nicht stellen kann. Was kann man da machen? Wenn Banken einen Teil des Auswahlrisikos tragen müssen, führt das häufig dazu, dass einige Unternehmen durch das Förderwasser fallen, weil sie keine Sicherheiten bieten können. Die KfW hat mit dem Schnellprogramm 2020 ein Förderprogramm ins Leben gerufen, das durch eine Garantie des Bundes zu 100% ausgestattet ist. Ziel ist es dadurch, die Bonität des Kunden und auch den Zinssatz zu optimieren. Wenn Sie Fragen zu den Kreditprogrammen der KfW haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wir stehen Ihnen beraten zur Seite. Ich stelle sich noch die Frage, wie kommt man eigentlich an einen Kredit? Gut, bei uns in Deutschland herrscht immer nach wie vor das Hausbankprinzip. Man kann nicht direkt bei der KfW die Kredite beantragen. Vorteilhaft wäre über dieses tolle Tool, wo auch Hinweise sind, welche Unterlagen ich der Bank schon mal mitzubringen habe, wenn ich einen Kredit beantrage, was man mit Hilfe des Steuerberaters sehr gut vorbereiten kann, damit eine Auszahlung des Kredites nichts mehr im Wege steht. Kredite